Was ist das? Was passiert da? Das werden wir euch jetzt erklären. Es gibt mehrere Arten von Inflation. Einmal die Nachfrageinflation und die Geldmengengetriebene Inflation. Los geht's. Bei der Nachfrageinflation ist, wenn viele Kunden ein Produkt wollen, aber die Firma nicht so viel herstellen kann, dann wird der Preis erhöht. Die Geldmengengetriebene Inflation ist, wenn die Geldrückereien mehr Geld in den Umlauf bringen und somit dann die Preise erhöht werden. Zum Beispiel, wenn du einen Apfel für einen Euro bekommst und dann die Preise erhöht werden, bekommst du einen Apfel für zwei Euro. Du hast zwar mehr bezahlt, bekommst aber nicht mehr. Das war's auch schon. Wir hoffen, ihr habt alles verstanden.